So, da bin ich jetzt wieder. Ich weiß jetzt nicht, was ich euch filmen kann. Ich werde auf jeden Fall die Highlights hier reinschneiden, wenn es geht. Auch wenn ich jetzt nicht die Rechte davon habe. Dann muss ich halt gucken, wie ich das Ganze mache. Wenn es irgendwie geht. Und ansonsten werde ich mit ein paar Handy-Aufnahmen auch noch zeigen. Also ich bin jetzt erstmal da. Ich habe jetzt ein Thema, das ich jetzt bekommen. Sogar den rabattierten Preis. Also 7 statt 13 Euro kann ich nicht meckern. Kann auch bei 13 Euro nicht meckern. Also ich habe mir gedacht, ja auch der normale Preis wäre in Ordnung. Also ja, aber man muss ja nicht unbedingt mehr zahlen, wenn man es nicht braucht. Oder wenn man auch einen Rabatt kriegen kann. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Also Schüler und Studenten und sowas rabatt halt. Schüler, Studenten, Auszubildende, Rabatt und sowas. Und ja. Dann steckst du halt ein Profi rein. Jetzt soll ich mir gleich mal die Preise an für den Shop, was sie da so alles haben und was für die Preise sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Oder ich weiß, was sie da so alles haben. Gemeinschaften Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Jaaaah! Aber halt, fuhl doch aus! Aus! Jaaaah! Nein, da ist... Kann der was nicht hauschen? Ich kann nicht stecken. Holger! 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 Markus Gott! Sch реб... Lass Wrap! Wlarger! Wlarger! Regel! aphias Tor für den Doppel! Superpass hier an der Stittstelle! Auch beim Samstag-Jäger! Der trägt die 23! Das ist unser... Philipp! 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 Neuer Spielstart! Es geht's an auf Bad Bar! Nein! Nej! Drink! Chака! Ja Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.